Untertitelung des ZDF, 2020 Wir verfolgen hier eine andere Strategie. Wir werden die Nintendo-Generation auflösen. Hack the planet! Hack the planet! Wie gefährlich sind eigentlich Hacker? Hacker bringen in Computersysteme ein und verwüsten sie. Diese Leute sind Terroristen. Hallo Mr. Gill, nach unseren Unterlagen sind sie tot. Ich bin was? Boom! Yeah! Das ist eine kleine Action, um die Spannung zu lösen, okay? Ein Virus ist in das Ellingson-Computersystem implantiert worden. Eine perfekte Tarnung. Man will uns was anhängen. Bevor sie merken, was los ist, sind wir weg. Keine Bewegung! Das Spiel ist aus. Du bist nicht gut genug, um mich zu schlagen. Ja, vielleicht bin ich es nicht. Aber wir sind es. Das ist Kate, sie ist am Grand Central. Nichts wie her! Juhu! Stirb, du Arschloch! Wow, jetzt sind wir dran. Keine Bewegung! Verstört den Gipsen! Juhu! In der Datenverwaltung ist ein Kanin-Türk. Schick einen Antibierenschuss. Schick einen Antibierenschuss. Was ist hier los? Juhu! 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 Juhu!